So, fangen wir an mit den 13 Überstürmer, jeweils immer eine. Oha, wirklich sehr schön. Sehr lange Standzeit, schön kreisrunde Bouquets. Die sind alle durchgehend gut bis jetzt. Hinten hat jemand gehupt, dem gefällt es wohl. Brokart bunt. Schick, wirklich sehr, sehr schick. Lila-Gelb-Flimmer. Leider die Standzeit etwas schwach. So, jetzt kommt ein kleiner Cut. Erstmal die Bestückung, dann geht es weiter. So, jetzt direkt weiter. Goldregen, blau-rot. So, polyp-blau. So, polyp-blau. Hier ist ein schön tiefes blau. So, jetzt haben wir hier zweimal polyp-rot. Die haben wir warum auch immer zweimal in dem Set erhalten. Die Magnesium-rot fehlt dafür. Mal gucken. Mal gucken. Oh, sehr stark. Kannst du mal so schlimm, dass die zweimal dabei war. So, nächst du hier um Wunde. Ja, auch sehr romantischer Effekt, auf jeden Fall. Das ist die letzte aus dem Set. Oh, wirklich bildhübsches Raketensortiment. Sehr schön von Funke. Musik